Ich lerne Deutsch. Nummer 15847 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Langeweile ist für mich ein Fremdwort, denn ich fülle meine Zeit mit interessanten Hobbys. Der Musiker spielt das Musikstück mit voller Aufmerksamkeit. Der Musiker spielt das Musikstück mit voller Aufmerksamkeit. Der Musiker spielt das Musikstück mit voller Aufmerksamkeit. Die Tauben haben es sich bei uns im Garten gemütlich gemacht. Dort werden sie nicht gestört. Lass uns das gemeinsam auf einem Spaziergang besprechen. Lass uns das gemeinsam auf einem Spaziergang besprechen. Lass uns das gemeinsam auf einem Spaziergang besprechen. Ich bin in der Lage, Ängste vor Veränderungen abzulegen und mit Offenheit neue Möglichkeiten zu erkunden. Pünktlichkeit ist bei diesem Termin besonders wichtig. Pünktlichkeit ist bei diesem Termin besonders wichtig. Rechtzeitiges Erscheinen ist in dieser Situation von großer Bedeutung. Welche Zahnprobleme haben Sie und seit wann? Welche Zahnprobleme haben Sie und seit wann? Welche Zahnprobleme haben Sie und seit wann? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gib uns die Zahnprobleme. Untertitelung des ZDF, 2020